Die Männer, die sind orientierter, die sagen, okay, die wollen ihr Orgasmus, die wollen das, die kommen deshalb zur Tantra-Massage. So, die sind klarer. Der Intimbereich wird mitmassiert, der Penis hat ganz viele Reflexzonen. Wie jetzt. Meine Freundin sagt immer, das ist wie eine Choreografie. Ist es auch. Da gibt es so diesen Griff und dann der Feuerstab. Also es gibt ganz viele verschiedene Begriffe. Hat sich schon mal jemand endlich verliebt? Einer deiner Kunden? Ja. Ja, den habe ich aber dann gebeten, die Studie zu wechseln. Geschicklich bin ich. Wir machen aber keinen Biestbegriff, Feuer. Feuerstab, yeah. Tantra wird immer mit Sex in Verbindung gebracht, aber es ist es letztendlich nicht. Tantra ist sehr spirituell. Ähnlich pusten. Hier ist der Countdown läuft. Du kannst woanders pusten. Der Countdown läuft. Ist zu Ende, zu Ende.